Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind heute hier in Osterbrook und gehen ein bisschen durch die Stadt. Es ist jetzt gerade 15.30 Uhr, wird schon langsam dunkel, müssen uns also ein bisschen beeilen. Viel Spaß! Wir haben gestartet von dem Bahnhof da vorne. Wir haben gerade noch bei McDonalds Essen. Jetzt bin ich hier bei Spielbank. Hier geht es zum Park. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Wir haben einen Führer dabei. Einen Führer. Und ja, jetzt gehen wir hier durch die Straße rüber. Wo geht es zuerst hin? Zu der Kirche. Zu der Kirche. Okay. Gut. Wir gehen zuerst zu einer Kirche. Welcher Fluss fließt durch Osnabrück? Ist das die Leine? Nein. Welcher Fluss ist das? Nee, ich habe keine Ahnung. Restaurante Gio. Hier ist noch ein Restaurant. Simil. Die Mühle. Wir gehen eigentlich gerade nur gerade aus. Die Straße entlang. Jetzt bringen wir nicht links ab. Warte keiner aus. Okay, hier ist die Kirche. Wie heißt die Kirche? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, wie sie heißt. Sieht aber groß aus, ja? Ja, sehr groß. So groß wie unsere Wohnung. Eine Kirche, als wie wir gesehen haben. Okay, wir sind jetzt so unten vor der Kirche. Schöne Türen. Okay, das ist die St. Johann Kirche. Ich glaube, du musst vorne rein, oder? Ah, da? Oh. Okay, wir gehen rein. Mütze abnehmen. So, jetzt sind wir in der Kirche drin. Keine Verzierung an der Decke. Die Orgel wird restauriert. St. Johann. Schöne. Aber die Kirche ist ja schlicht, würde ich sagen. Der Kreuzgang an der Wand. Wie immer an der Kirche, bei einer katholischen. Schöne. 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 Zeit. Vergessen. Meine Schuhe quietschen in der Kirche. Ah. Okay, wir sind wieder raus aus der Kirche. Jetzt geht es Richtung Stadt. Mal schauen, wie es da aussieht. Ist das eine schöne Stadt, Osterbrück? Ja. Ist ja fast in der falsche Richtung gegangen. Wir müssen da lang gehen. Da ist die Kirche noch mal rechts. Wir gehen von links vorbei. Okay, wir gehen weiter. Die Straße entlang. Ups, Wasser. Okay, jetzt sind wir in der Innenstadt. Okay, hier links ist eine Promenade und eine andere große Kirche. Deutschpassage. Okay. Okay. Also, wir sind jetzt genau in der Mitte von der Innenstadt. Okay. Von zwei Bahnhöfen um Singhe. Hier ist ein Fluss. Wir sind auf der Brücke. Was ist da? Und? Ein Mann, der das Wasser aufhält. Nee, der hält das Wasser auf. Jetzt im Müll, vorher Wasser. Was hat der Mann gerade gesagt, der Junge? Erstmal haben sie eine Zigarette, ich rauche nicht, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, wie war das nochmal? Kugelsichere Scheibe haben? In Leib eine kugelsichere Scheibe haben? Und das ist echt schön, diese. Guck mal. Oh, Restaurante, ja? Die müssen alle anstehen. Guck mal, das ist das Fleisch in Schaufenster. Italiener bestimmt. Wollt ihr den Brunnen anschauen? Wollt ihr den Brunnen anschauen? Den da? Ja. Nee, ja. Ach, das ist kein Italiener, das ist ein Türke. Türkisch. Kein Trinkwasser. Oder gar kein Wasser. Von 1909. Hermannsbrunnen. Oh, Hermannsbrunnen. 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 Jetzt gehen wir hier die Straße ran. Ich glaube, wir müssen rechts lang gehen, ja? Wir dürfen ja nicht weiter nach links gehen, nur bis wir Moerser Straße sehen. Wir müssen da lang gehen und dann nach links wieder. Ach, hier waren wir schon mal. Doch, da ist das Kapschino. So, jetzt gehen wir hier einmal die Brücke entlang. Okay, jetzt gehen wir Richtung Bahnhof wieder. Es wird schon langsam dunkel, deswegen gehen wir langsam zum Auto zurück. Das ist jetzt, wie spät? Wie spät ist es? 16.13 Uhr. Im Winter wird es so schnell mal dunkel, kann man nicht so viel filmen. Da muss ich vielleicht noch nach Hause fahren, morgen früh arbeiten. Gut, let's go. Okay, wir sind wieder am Bahnhof angekommen. Hier gehen wir mal wieder an einer Dönerbude vorbei. Da hinten sehen wir schon den Bahnhof leuchten. Oh, da ist ein Gymn. Sport. Okay, nochmal von hier ein bisschen filmen. Brauchen wir noch was, Lohna? Für die Fahrt? Da ist bestimmt in Rossmann oder so drin. Im Bahnhof vielleicht Rossmann drin. Ach so, wo für? Für unterwegs, Heimfahrt. Ach so, Raffeln meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, ja. In den Bahnhof, in den Bahnhof. Okay, wir gehen in den Bahnhof kurz rein. So, am Bahnhof der Weihnachtsmarkt, vier Stände. Einmal Crables, dann da Mandeln. Mandeln und Herzen. Und dahinten gibt's Glühwein, Bratwurst. Und hier ist Döner. Irgendwie sowas. Jetzt gehen wir mal kurz rein. Wir brauchen noch was für die Rückfahrt zum Kaufen, Trinken, wenn es da ein Geschäft drin gibt. So, das war jetzt ein Stück von Osterbrück. Ein kleines Stück vom Bahnhof. Und jetzt gehen wir zum Auto und fahren weiter. Und es hängt an zu regnen. Super. Was will ich mir sagen? So, kommen wir da durch, Fahrräder. Die daneben ist besser, okay. So, haben wir durch welche Fahrräder hier durchwursteln. Bis gleich. Ok, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder unterwegs seid! Bis ab und von euch. Viel Spaß! Auf Wiedersehen! Tschüüüüüüüßu! Untertitelung des ZDF, 2020